International folgten auf die israelischen Angriffe zahlreiche Aufrufe zur Deeskalation. Die israelische Armee hatte ihren Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag Luftangriffe gegen militärische Ziele im Iran geflogen. Die Angriffe waren die Reaktion auf den iranischen Raketenbeschuss auf Israel knapp vier Wochen zuvor. Durch die israelischen Angriffe wurden nach jüngsten Angaben der iranischen Armee vier ihrer Soldaten getötet. Die von dem Raketenbeschuss verursachten Sachschäden beschrieben die iranischen Streitkräfte jedoch als begrenzt. Es seien lediglich einige wenige Radarsysteme beschädigt worden. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, iranische Produktionsstätten von Raketen sowie Luftabwehrsysteme attackiert zu haben. Demnach wurden dabei 80 Geschosse abgefeuert. Die iranische Luftabwehr bestätigte Angriffe im Umkreis von Teheran und in zwei anderen Irak grenzenden Provinzen. Khuzestan im Südwesten und Ilham im Westen. Dank der raschen Reaktion der iranischen Luftabwehr sei eine große Zahl von Raketen abgefangen und das Eindringen feindlicher Flugzeuge in den iranischen Luftraum verhindert worden, hieß es in einer am Samstagabend im iranischen Staatsfernsehen verlesenen Erklärung des Generalstabes der iranischen Armee. Der israelische Armee-Sprecher bezeichnete den Beschuss von Zielen im Iran als Antwort auf die seit Monaten andauernden Angriffe des iranischen Regimes gegen den Staat Israel. Der Iran hatte am 1. Oktober etwa 200 Raketen auf Israel abgefeuert, vor denen die meisten abgefangen wurden. Es war der zweite direkte iranische Raketenangriff auf Israel binnen sechs Monaten. Der vorherige Raketenbeschuss vom 13. April war das erste Mal überhaupt, dass der Iran von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt angriff. Das iranische Außenministerium erklärte, der Iran habe das Recht und die Pflicht zur Selbstverteidigung. Der Iran ist mit der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas verbündet, die seit ihrem Großangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 mit Israel im Krieg steht. Zu den Partnern Teherans in der Region gehört auch die libanesische Hezbollah-Miliz, die nach dem Hamas-Großangriff mit permanenten Luftangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet hatte. Die Hezbollah bezeichnete die israelischen Luftangriffe auf den Iran als gefährliche Eskalation. Die Miliz beschoss ihrerseits am Samstag Israel massiv mit Raketen. Aus zahlreichen Ländern kamen nach den israelischen Angriffen gegen den Iran Aufrufe zur Deeskalation. US-Präsident Biden sagte, er hoffe, diese Angriffe seien das Ende. Er merkte zudem an, es sähe danach aus, als habe die israelische Armee nichts anderes als militärische Ziele getroffen.